Salvete cari discipoli, sagt euer Lateintutor Radetzky. Das Thema läutet heute in der achten Folge vom Gerundivum, finaler Gebrauch bei bestimmten Verben als prädikative Ergänzung zum Akkusativobjekt. Los geht's! Schön wäre es, wenn Du auf SofaTutor schon die Videofilme zum Gerundivum Folgen 4-7 gesehen hättest. Auskennen solltest Du Dich also mit der Formbildung und Syntax des Gerundivums in der ND-Gruppe. Der Kurs beginnt! Heute geht es also um die Gerundivgruppe mit finalem Sinn. Alle Kennzeichen der eigentlichen Gerundivkonstruktion bleiben erhalten. Das heißt, die Gerundivgruppe, die bei bestimmten Verben final gebraucht wird, hat passivischen und futurischen Sinn, steht prädikativ und in KNG-Kongruenz zu einem Nomen oder Pronomen. Während aber bei der eigentlichen Gerundivkonstruktion der Nebensinn der Notwendigkeit fehlt, beziehungsweise noch gar nicht fehlt. Den kompletten Film und viele weitere findest Du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären Dir, was Du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen Dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen Dir im täglichen Live-Chat sofort bei Deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei Deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir Dir, Deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten. Untertitelung des ZDF, 2020